Ich finde es toll, diese Aktion und ich habe gesagt, ich bin sofort dabei, dass wir hier die ukrainischen Flüchtlinge unterstützen können, besonders Kinder. Und es kommen ja auch viele Mütter mit ihren Kindern. Es ist anders als 2015, 2016 und das sind Situationen, die wir hier haben. Ich kann sie nur bitten oder ich kann euch nur herzlich bitten, von einem Euro angefangen, auch wenn es nur 50 Cent sind. Aber jeder Cent und jeder Euro ist wichtig und vor allen Dingen ist es deswegen wichtig, wir finanzieren damit lokale Projekte. Ob es die Unterstützung dann sind, ob es für Freizeitmöglichkeiten sind, weil die wollen ja auch mal raus. Vielleicht können sie irgendwo in den Freizeitpark fahren. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir unseren ukrainischen Gästen hier helfen können. Und deswegen möchte ich euch hier in Gütersloh bitten, unterstützt die Aktion, die Kontonummer blenden wir gleich ein. Und jeder Cent und jeder Euro ist herzlich willkommen und hilft denjenigen, denen wir hier in Gütersloh ein Dach über dem Kopf bieten. Und denjenigen, die hierfür vielleicht für monatelang Frieden und Ruhe finden werden. Herzlichen Dank an dieser Stelle und die Kontonummer wird nachher eingeblendet. Tschüss.